Willkommen zurück zu Daisy. Oh, drück doch auf den Behindertenknopf, ey. Ich warte immer so, dass ich das nicht mit drauf hab. Ich hab schon gedrückt. Ja, wir kommen zu Daisy, mit den üblichen Mongo-Verdächtigen hier. Klaro. Letzte Folgen hier haben wir mal jemanden getroffen und wir haben ihn nicht getötet. Ja, wir waren so nett. Ja, ich fand das, das muss auch mal sein. Ja, ich fand es auch ziemlich okay und nice, muss ich sagen. Ich mein, das gehört halt auch zu Daisy. Lol, liegt deine Waffe? Ne. Er war sympathisch, er war sympathisch da rum. Ja. Konnte man den am Leben lassen? Ja, mir ist ne Tür offen. Verstehst du? Also, wenn seine Kumpels uns jetzt aus den Häusern erschossen hätten, ne, dann würde ich niemandem mehr vertrauen. Niemandem Alter. Hätte ich auch nicht. Wäre aber ein guter Hinterhalt gewesen, ne? Ja. Das hätte ich dann dem lassen müssen. Am besten brauchen wir doch jemanden, der immer unbewaffnet ist, den schicken wir dann durch die Stadt. Und wir verschanzen uns. Als er da nicht spielt, der war unbewaffnet und hat gesagt, ich habe ein Freund, ihr habt gar keine Munition. Auf einmal kommen drei seiner Kumpels voll ausgerüstet und legen mir Handschehen an. Das fanden die so lustig. Ich dachte, im ersten Moment muss ich auch lachen. Bis ich gesagt habe, habt ihr Schlüssel? Und sie so nö. Ich denke so. Verarschen. Echt jetzt? Nach zehn Minuten kam er ja doch. Ich habe doch Schlüssel. Aber trotzdem. Die machen sich ja von alleine auf irgendwann, je nachdem, was für eine Habilität die haben. Ähm, ja, die waren ja pristine. Oh, okay. Ähm, war einer da drin schon? Wo? Da. Keine Ahnung. In der Halle? Ja. Nee. Gut, jetzt schon. Mal abchecken. Könnt ihr mal gucken gehen? Mal bissl gucken. Tja, ich geh mal nach oben. Gerade ist mal was oben. Lol, keine Treppe. Ach, da hier liegt sogar was. M4? Nein. Im, eher, Stöcker. Lol, Stöcker. Nehme ich mal mit. Und ein Schulrucksack. Ja, toll. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Déjà-vu. Was ist das denn hier? Wie ich die immer noch, äh, hier essen kann, meine. Äh, so. Weiter geht's, oder? Weiter geht's. Ja, na klar. Ja, ist super. Ah. Ich brauche einen Schlucken von der Cola hier. Ist aber auch geil, wie in der Aufnahmepause alle so auf der Erde hocken. Und wenn es wieder losgeht... Oh, erst mal essen. Erst mal trinken. Ist immer so. Ja. Na klar, die Action muss halt in die Aufnahme. Lassen wir ihn grad zurück, oder wie ist das? Wen? Ja, der kommt schon allein klar. Ist ein Überlebenskämpfer. Ne, komm her. Drop your weapon. Ich hab die Sniper, Junge. Ich bin der Drift. Ich merk schon. Naja, aber so treffen wir dich auch, das ist auch kein Problem. Ja, komm. Versuch. Oh, oh. Battle auf der Bridge hier. Gewinn aber kommt alles. Ja. Und zwar ruined. Ja klar, weil der Verlierer tot ist, genau. Und zwar ruined, Junge. Wenn er's tragen kann, ja. Ja. Alter, hier liegt noch Epidiph... Epidiph... Ne, was ist denn das? Ein Epiden, oder? Im Haus ist er drin? Ja. Ich komm rein. Morphium. Morphium. Morphium ist gut, ja. Das ist echt gut. Ja. Es bringt nichts, wenn ich das alles habe, wenn einer erschossen wird. Oder ich. Ja, wir müssen das am besten aufteilen. Gib mir. Jetzt hat Mirai das. Ne, ich hab's genommen. Achso. Ich finde meistens der, der immer überlebt irgendwie. Wenn ich das habe. Oh, Alter. Wenn ich das habe und ihr nehmt mal auf, wenn ich nicht dabei bin. Beziehungsweise andersrum, ich bin nicht dabei bei der nächsten Aufnahme dann. Hier mir gerade auffällt, dass Mira eigentlich ziemlich leise ist. Echt jetzt? Nein. Ist alles in Ordnung. Bei mir schon. Ich mach dich gleich lauter. Ja, musst du. Teamspeak regeln, genau. Kann man ja später noch ab... Ah, ne, wohl. Ne. Ne. Aber passt schon, passt schon, passt schon. Außer man nimmt natürlich dieses Virtual Cable, ne? Was natürlich total toll sein soll. Ja, das ist so aus Technologie, Alter. Ja, ja. Da hat Dena übrigens gesagt, dass das total scheiße ist. Ja. Im Hangout. Äh. Vom... Warum? Vom MK-Hangout. Ja, weil das Buggy ist und manchmal abstürzt. Und dann hast du halt, äh, die Gefahr, dass die ganze Aufnahme im Arsch wird. Ich meine, bei unseren View-Zeilen ist das jetzt nicht so schlimm. Aber, äh, wenn du ne halbe Million Abonnenten hast, dann ist das schon mal kacke, wenn du deine Tonspur verhaust. Ja, dann ist das Geschrei ja groß, ne? Ja. Ja. Ja, ich glaub die erste Aufnahme in seiner neuen Wohnung, da hat er aus Versehen... Oh fuck, ich leck. Wieso? Ich hab grad gelb und ihr lauft auf der Stelle. Umdrehen, umdrehen. Geradeaus, ja. Geradeaus. Nein! Wieder umdrehen. Ja, ich weiß schon, Alter, aber ich seh euch nicht, weil das ist, äh, Buggy. Ist schlecht. Ja, weiter, weiter, weiter. Du musst wahrscheinlich rejoinen. Ja, ich seh euch nicht. Doch, jetzt seh ich euch wieder. Geh weiter, geh weiter in Richtung. Oder? Was macht ihr da? Ich steig grad über die... Ihr geht grad in Richtung Häuser? Ja. Okay, gut. Boah, alles klar. Sind schon im Haus drin. Hier liegt ne Hose? Ah ne, ne Shortpants ist es, glaub ich. Blue Jeans. Ja, Alter. Also wenn du die nicht brauchst, dann nehm ich die gerne. Ach, Blue Jeans hier. Ich brauch ne Waffe. Tja. Blue Jeans, weißt du. Check mal den... Ah ne, das ist wieder so ne Scheune mit nem Misthaufen drin. Damaged. Aber egal. Besser als... Boah, Alter. Ey, wenn ich A1 liebe, dann ist es, wenn man mir einfach so reinquatscht, Alter. Hahaha. Weißt du, so... Überhaupt so... Ah, ja, Betty Damaged, Alter. Hahaha. Hahaha. Wollte ich ja auch mal sagen, Alter. Ja, ist lecker, du. Ja, genau. Blue Jeans. Kannst mich mal. Hahaha. Ah, schön. Boah, ist das die Stadt mit dem Zombie? Warum ich, Daisy, lieber eins? Äh... Ja, ist es. Warum ich, Daisy, lieber eins? Ja, bei mir. Scheiße, Zombies. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin in so einem Haus dran. Also ich geh jetzt Haus für Haus ab hier, obwohl ich es eigentlich nicht brauche. Aber für euch Mongos irgendwas suchen. Ja, ähm... Ja, ähm... Für uns Mongos. Dann, ähm... Danke! Ne? Ja, weil eben haben wir ja auch die Elbestadt ausgelassen. Na egal. Ach, klar seid ihr gut. Ich glaube, ich meine ja. Ja, ich müsste irgendwo rechts gleich in, äh... Bruns sein. Geil. In Brunnen. Wo ist hier jetzt von mir? Haben wir ihn gehört? Von mir. Achso, gut. Na, ist ja kein Problem. Juhu, ne Tuna. Juhu. Bräuchte auch gleich was zu essen. Keine Dosen öffnen. Was essen? Zu trinken ohne Ende, aber... Ah, mein Auge brennt, Alter. Boah. Fuck, ey. Pass auf. Boah. Ich bin ja direkt vor dem Bildschirm, weißt du. Oh, jetzt hat mich ein Zombie gesehen. Was für ne Scheiße. Direkt vor dem Bildschirm? Ja, wegen dem Mikrofon. Äh, hier liegt ne Hose. Ne Summer Hunter Pants. Summer Hunter Pants. Boah. Ich nehm die mal auf. Und, äh... Okay. Gib sie dir außen auf der Straße. Geil. Geil. Dein Supermarkt. Was? Wo? Ich will auch, Mann. Wo? Hier. Hallo? Hallo? Ja? Rusht mal nicht vor, aber nur weil ihr ein Supermarkt seht. Nehm mal bitte jedes Haus mit. Okay. Ja, ich hab... Oh, geil. Ich bin auf der Straße. Wo ist Daniel? Supermarkt. Hahaha. 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 Geil. Hahaha. Wieso ihr? Ja, Mirai, Alter. Wieso ihr? Ja, Mirai, Alter. Ich stand sowieso davor und ich dachte, ihr seid in den Gebäuden gerade. Ja, wieso standst du? Ja, das ist doch gar nicht der Punkt. Weißt du, wieso standst du auch, weil du schon gerusht bist einfach? Jungs, ich bin im Supermarkt jetzt. Hahaha. Hahaha. Das ist aber nur Zufall jetzt gewesen. Ohne Scheiß. Ja, zufällig im Supermarkt. Ne, ohne Witz. Nein, ohne Scheiß. Ja. Ich war vorhin da noch im Haus drin. Ach komm, ich mach jetzt mal Zombie. Massaker, Junge. Huah. Oh, was ist denn das für eine verbuggte Scheiße hier? Backst du rum? Ne. Ja, so warte mal, ich komm jetzt wieder auf die Straße, wo ich hingehöre. Haha, Nutte. Ah, Hartgeldstrich. Hahaha. Ich geh in das gelbe angepisste Haus da, ja? Angepisste? Ah, da. Das sieht so angepisst aus irgendwie. Oh, Hose, Hose. Die ist sogar pristine, Alter. Vielleicht zieh ich die an. Nein, leg jetzt mal hin. Alter. Das ist irgendwo wieder so ein dummer Kackzombie, ne? Hier wär noch ne Axt. Wach wär ne Axt? Ne normale? Ne, 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 ne. Dings hier. Feuerwehr-Axt. Ach ne, ich hab... Loll. Oh Gott. Ich muss schießen. Warum? Wo bist du? Nicht schießen. Doch, ich muss. Wo bist du? Warte. Alter, lauf doch einfach vor ihm weg und zieh dann die Axt. Ja, im Haus drin. So ein enges Haus, genau. Ja, das... Irgendwie kommt man da schon raus immer. Oh, war das knapp. Ich wollte grad abdrücken. Ähm. Weißt, das Ding ist, die glitschen einfach durchs komplette Haus, weißt du? Danke, Patrick. Das wäre sonst kein Problem, aber ne. Oh, okay. Ignorier meine Wand. Habt ihr alle Hose abgecheckt hier? Ne, ich bin noch dabei. Sag doch einfach ja. Nein, hallo? Hallo. Oh, das sind Mungo-Zombie. Munition, geil. Was für eine? Ich guck gerade. Warte mal, hier ist noch ein Zombie. Ah, ich hab... Oh, noch Tuna. Ich hab noch SKS-Muni gefunden. Kann ich dir gleich geben, Mirai. Alter, hier waren wir doch auch schon mal. Hier war das doch mit den, mit den Zombie-Nutten. So ist doch meine Folge irgendwie, erotische Zombie-Bräute oder so. Kann gut sein. Also, wir waren hier definitiv schon mal. Ja, doch, das war genau, doch. Also, SKS habe ich jetzt... 45 Schuss noch. Und 10 Schuss dran. Hier am Dorfeingang, das war die Stelle, wo ich den Zombie mal aus dem Rücken geschossen hatte. Ich hab 7,62er Muni. Mal? Ist es seine? Ne. 7,6 mal? Nix, gar nix. Nur 7,6. Ja, wir haben noch nicht. Laber nicht, Alter. Ja, klar. Gibt es auch. Laber, Alter. Was unterstellt der mir wieder? Ja, die hat doch... Weil die irgendeine Länge immer hat. Nein! Nein, hat sie nicht. Alter, ich hab ja auch nur 7,62 Millimeter und mehr steht da nicht. High Power, aber Rifle steht bei mir noch in der Beschreibung. Immer dasselbe. Weißt du? Immer werde ich angemobst. Immer. Halt die Fresse. Was halt die Fresse? Komm her! Was ist los? Hä? Okay, sorry. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Nee, tut mir leid. Komm nach Niedersachsen, Alter. Ich weiß, wo du wohnst. Aber weißt du? Luzi kann ja dicke Fresse haben. Wenn man ihm was auf die Schnauze hauen will, müssen wir in die Schweiz, Alter. Ach Basel, Junge. Das ist doch nicht Schweiz. Ja, kommt her, Junge. Lol, ne Map. Lol, Tommy. Stirb, Tommy. Wir haben einen Kollegen, der hält sich so aus einem raus, ne? Ja. Bei dem sagen wir auch immer, er ist die Schweiz. Aha. Politwitz. Hammer. Ja, finde ich aber gar nicht so schlecht. Nutte. Drop your weapon. Alter. Hör doch mal auf zu drängeln hier. Hast du die Tür zugemacht, Alter? Alter, ist das ein Munde, ne? Ja, kleiner Gag. Kleiner Gag. Ja, okay. Wenn wir das jetzt über Voice sagen müssen, dann wäre es mir, glaube ich, echt in die Hose geschissen. Ja, so schnell war ich dann doch nicht. Zumal ich, äh, ich muss gleich wieder auffüllen, mein Captain ist leer. Wie viel ist schon ein Glas, zwei Glas? Ich hab hier so ein, äh, 0,75 Glas. Das hab ich jetzt grad leer. Oh Gott, Tommy. Geil, ich hab ein Bajonett gefunden. Ist ne Haustür offen. Ah! Bist du das, Patrick? Am Tor? Ja, ja. War schon jemand in dem Haus hier? Ist die Tür offen? Welches Haus? Oder ist die standardmäßig auf? Puh, keine Ahnung. Komm her. Wie kann ein Bajonett benutzen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Müsste dabei stehen, für welche Waffe das ist eigentlich? Nein, ich hab das schon dran, aber wie kann man es benutzen? Ach so, ja, ich glaub, wenn du drauf zuläufst oder so? Keine Ahnung. Dann kannst du ja mit dem Zombie mal probieren. Wo ist der nächste Zombie? Alter, wie er immer nachladen will hier. Mach die scheiß Tür auf, nicht nachladen. Loll. Mirai. Kannst du jetzt meine Jage kaputt machen? Hammerausbeute. Ja, übertrieben. Ich hab ein Bajonett gefunden. Ich glaub, ich hab aber nichts gefunden. Ja, du hast doch keine neue Hose an, ne? Um Bongo. Ja, Alter, die hab ich aber nicht gefunden. Ja, weil ihr nicht in alles reinguckt. Das ist das Problem, Alter. Los, Alter. Ja, Alter, weiter hier. Weiter. Check, 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 check. Alter, ich hab genauso viele Häuser abgeklappert wie du, ja? Clear, 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 clear. Ja, hm, wie er es einfach nicht wahrhaben will. Oh, ich liebe dich trotzdem für die Hose. Wie wär's mal mit so nem Zungenschlag? Zungenschlag? Ja. So haben wir doch früher, äh, in der Schule immer den Zungenkurs genannt. Ich kann gar nicht raustappen, ich wollte gerade raustappen, ne? Lol. Tür ist auf. Lol. Wer ist das? Drop your weapon. Hey, guy. Etwas geschossen. Dieser animastik sein wohin. Nö. Wie er im Busch da drin ist. Hallo, Patrick. Hey. I see you all. Drop your weapon. Ey, das ist auch zu, Junge. Wie ich auf Drop your weapon schon gar nicht mehr höre, ne? Das ist einfach so. Stell dir vor, dass es echt mal einer zu uns sagt. So, wo geht's weiter? Äh, die Straße weiter. Echt jetzt? Neu, ist gar nix. Big Surprised. Oder was ist das? Stopp. Der hat so recht. Der hat recht. Ja, ich kann jetzt nicht raustappen, weil bei mir ist die Map jetzt schon wieder am unteren Bild rein. Ja, warte, ich hab ein Map dabei, ich hab ein Map dabei. Will jemand die Map haben? Ich hab grad geguckt, wir müssen da lang. Ne, ich hab ne richtige Map hier. Ich auch, in meinem Browser. Ja, Alter, ich hab sie hier im Backpack. Boah. Wow. Na fett, Junge. Aber die ist scheiße. Ich werfe die jetzt weg, einfach. Oh, da kommt ne Tankstelle. Ah ja. Okay. Tankstelle, Achtung! Wenn man jetzt auf die Karte guckt, ne? Da geht so ein Weg in den Wald rein. Und da an der Ecke ist ein roter Punkt. Das soll heißen, dass da eine Waffe liegt. Das kannst du mich doch verarschen. Ein kleiner oder ein großer roter Punkt? Ein kleiner. Ja, kleiner heißt, es ist die kleine Möglichkeit, dass da irgendwas ist. Ja. Tankstelle. Der größer Punkt, desto besser ist die Möglichkeit. Clear, clear. Pepsi. Äh, ne Quatsch. Spide. Tuna. Kann ich gebrochen, warte, warte. Fanta. Ey. Ey, du Nutte. Ah, ja. Ja. Wie ja alles. Ich lass dir kurz was. Moment. Lass mal diesen. Ne, behalt ruhig. Ich hab noch eine. So, Straße weiter. Moment, Moment, Moment. Alter, weiter. Können wir verstecken. Verstecken spielen? Verstecken, Alter. Lol, wer drängt? Ich. Wie er immer Paranoia schiebt, Alter. Komm mal klar. Mach die Waffe weg. Drop your Pepsi. Lass mal aufhören damit. Was macht der denn in dem Häuschen da eigentlich? Ja, Essen. Schau mal, was von Nahrung gehört? Bedürfnisse? Und welches Loch ist der Neger schon wieder hin verschwunden? Lol. Wiederaufnahmen. Die gehen ja wirklich wieder auf. Alter. Lauft mal bitte, lauft mal bitte von der Tankstelle einfach die Wiese runter Richtung, also an der Straße fängt und sagt mir mal, weil er mich sieht. Link in der Beschreibung von Daniel, ne? Alter. Oder? Ne, das ist ein Stein. Alter, da ist er. Ich bin mir nicht sicher. Alter. Voll gut getarnt in der Wiese. Das ist echt krass, ne? Wenn man da jetzt nicht unbedingt drauf achtet. Das sieht eher so aus wie ein Stein. Wegen der Ref... Reflexion da noch von der Sonne. Ach, da hinten? Ja. Krass, Alter. Das ist echt krass. Ja. Naja, aber man sieht es schon irgendwie, weil es doch auffällt. Ja gut, mit blauem Rucksack hast du ja keine Chance. Ja, ich weiß. Was? So. Hier geht's nach... Wie hieß die Stadt? Selenogorsk? Genau. Ähm, es geht einmal nach... Davor ist das schon ein kleiner Vorort. Ja genau, es geht nach Mischkino, geht's da glaube ich lang, da in die Richtung. Mischkino? Wir müssen auf jeden Fall... Wir dürfen nicht rechts abbiegen. Okay. Ne, lass mal Selenogorsk. Ich möchte jetzt endlich mal hin, ne? In meinem Leben. Folge 50, endlich Selenogorsk. Ja. Ja. Er ist glaube ich jetzt mittlerweile 49, 50 oder sowas. Ja. Kommt hin. Schon krass, ne? Ja, dann hast du mal deine Stadt gesehen. Ich habe ja meine auch schon gesehen, Kamenka. Oh. Ja, meine Wunschstadt ist dann ganz links oben auf der Map. Okay. Eher viel. Ganz links, noch weiter oben, dann gehen wir dann als nächstes hin. Alles klar, machen wir mal. Wird du uns verarschen? Ja, ich will mal überall gewesen sein, weißt du? In jeder Stadt, in jeder Ortschaft. Ja. Na ja, guck dir mal die Mapp an, wie weit du da hoch gehen kannst. Quasi irgendwie viel, äh, wie viele Wege und so da noch sind. Ich meine, da wirst du nicht auf Player treffen, das ist mal klar, aber... Da wirst du glaube ich gar nichts finden, da ist irgendwann Unendlichkeit. Ja. Every Wednesday startet. Ja, Mittwoch 7 Uhr, Alter, ist mir doch scheißegal. Ja, wer weiß. Hä? Wie lange will ich noch zocken? Achso. Oh, das wäre hart. Eine Hardcore-Session, Alter, mit Stream. Ja, boah. 24 Stunden, Lazy. Alter. Alter, damit ich sterben kann, ne? Ja, natürlich. Hardcore. Nach zwölf Stunden voll am Ragen? Hätte ich gar keinen Bock drauf, weißt du? Ich würde sofort irgendwie vom Hof aus springen. Es gibt ja jetzt Starbound Hardcore, ne? Oh. Oh Gott. Also, sterben, äh, vorbei. Ne, da hätte ich keinen Bock drauf. Oh, guck mal den Turm da hinten. Kennt ihr den noch? Green Mountain? Ach, zieh mal einen an. Ach, da ist der Bauernhof wieder, ne? Ach, geil. Ja, da sind wir auf jeden Fall langgegangen, aber wir gehen ja jetzt in eine andere Richtung. Dann haben wir uns so hart verlaufen, Alter. Ja? Das ist doch krass. Oder wollten wir, äh, gar nicht nach Selenogorsk? Doch, wollten wir. Wir sind dann irgendwann, glaube ich, über Green Mountain gelaufen. Und das war der Fehler. Okay. Danach, äh, ja, ging's kreuz und quer. Hm. Ja, wir verlaufen uns schnell. Willst du noch bei den Schienen? Nach Selenogorsk? Ah, da ist ein Schild. Kosciobaka oder so. Ach, scheiße. Rechts oder links? Ne, achso, wir müssen den Straßenverlauf holen. Ich würde, ja, ich würde sagen rechts. Bei Selenogorsk geht's, glaube ich, rechts an Green Mountain vorbei. Rechts. Dessen stand ein Ort. Ja. Hat einer so ein bisschen die Uhrzeit im Blick eigentlich? Nö. Aber wir könnten mal, oder? Lass mal hier eine Büsche Pause machen. Lass mal in das nächste Dorf noch gehen. Okay, machen wir mal. Loll. Loll. Nehmen wir das noch mit. Kann ich mir nämlich noch eine Mische machen und alles so schön. Dann hol ich mir aber auch was, ey. Ja, meine Wasserflasche ist auch gut. Ja, hol doch wieder deinen Sekt, oder? Nein. Nein. Ja, Angst hat. Wir haben nur noch Wein. Zombie. Wir haben nur noch Wein. Wie war's, wenn du mit dem Bajonett versuchst? Zombie, Zombie. Wow. Wow. Alter. Soll ich ihn wieder nutzen? Alter! Wer? Sorry. Wir sind solche Mongos, ey. Ich will auch. Nein, du meintest, ich soll mal versuchen mit dem Bajonett auf jemanden zu rennen und dann... Guten Tag, Freunde. Willkommen jetzt in die Stadt. Hahaha. Hallo. Hallo. Hahaha. Wie ist es dir dabei ist, Alter? Wie gar keiner mehr reagiert, wenn er geschossen wird. Ne, ne? Zumindest haben wir die Zombies jetzt am Hals. Ist auch nicht schlecht. Hallo. Na, reagiert habt ihr schon, als ich geschossen hab? Alter, wer war das und drei Schüsse? Mit deinem Bier. Ja, ich hab... Ich hab'n Zombie erschossen. Ja, ich auch. Boah, ich schieß nur so wichtig um mich. Uah! Warte mal, dann kann ich auch diese Nerven der Einzelpatrone jetzt verschießen. Zu geil aus. Komm, wir gehen ins Haus und machen eine Aufnahmenpause. Ach so, ja, genau. Juhu! Juhu! Haus! Lol, du bist tot. Hahaha. Hahaha. Das ist so ein Junge, ey. Wie er sich immer hinlegt, Alter. Ja, das ist ein Ritual von mir. Ja, ein Ritual, ey. Du bist einfach behindert. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und äh... Bis morgen. Bis zum nächsten Mal, 20 Uhr, wa? Ja, bis morgen. Danke. hin. Tschüss.